Na, liebe Leute, wer erkennt diesen Schauplatz wieder? Hier sind wir schon sehr, sehr oft vorbeigekommen. Ich drehe mich mal ganz kurz um. Da hinten, das ist Weißlauf, sprich wir sind am Ritualstein. Ich habe uns einfach mal hier hingereist, um nicht zu viel komische Reisezeit zu verbringen, denn hier oben, da ist dieser Punkt, an dem wir... Na, jetzt geht das gar nicht ganz auf die Karte raus. Auf den, zu dem wir, Entschuldigung, zu dem wir das Kriegshorn von Torik bringen sollen für die Frau Jarl aus Einsamkeit. Da sind wir jetzt relativ nah dran und wir haben ja hier diesen ganzen Weg schon etwas öfters gemacht. Warum stecken meine Füße im Boden? Na, das geht aber so nicht. Gut, also wir sind quasi so gut wie da. Ich glaube, ich habe noch eine Quest zu viel. Ja, ich habe noch eine Quest zu viel aktiviert. Jetzt haben wir nur noch die Quest da. Und dann die Quest hier unten bei Ivarstadt, bei Gaia Mons Hall, wo wir das letzte Amulettstück besorgen müssen für die Legende von Gauldur. Aber erstmal wollen wir doch einfach mal das Horn wegbringen. Ich denke, das ist eine relativ schnell erledigte Sache. Was machen wir mal hier irgendwie so halbwegs sicher runter zu kommen. Da hinten ist eine Krabbe, das sehe ich doch von mir. Und vielleicht sollte ich auch direkt wieder weiter mein Schwert skillen. Ich wollte demnächst auch durchaus mal tatsächliche Waffen ausprobieren. Ich hatte da einen Kommentar von einem Zuschauer bekommen, der doch meinte, hey, probier doch mal die Waffe aus, die du da gekriegt hast. Ich hatte da doch dieses komische Vulkanglasschwert oder was gekriegt. Die liegt jetzt, glaube ich, in meinem Haus in Weißlauf. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich habe die irgendwann mal da abgeladen. Die muss ich dann demnächst erstmal irgendwie besorgen. Aber dann können wir ja durchaus auch mal so eine Waffe ausprobieren. So zumindest dann auch irgendwo der Plan. Was ist denn das? Ist das tatsächlich einfach nur hier so ein komischer Stein, also so ein komischer Altar, wo ich das hinlegen soll? Oder muss ich mich da vorher auch durch so einen Drachen kämpfen? Ja, durch einen Drachen kämpfen wäre auch mal wieder schön. Ich habe irgendwie mal wieder Lust, einen Drachen zu bekämpfen. Deswegen habe ich es wahrscheinlich jetzt gerade aus Versehen gesagt. Aber mir ging es eigentlich um durch einen Dungeon kämpfen. Da mal gucken mal. Schön. Oh, Kram. Hier, Dietrich. Oh, dann nehme ich noch alles mit hier, was? Das ist ein Schwert, das ich scheinbar nicht nehmen kann. Torixhorn. Das ist da doch gar... Ach, das Platzieren. Okay. Tada! Und das war es schon. Das ist langweilig. Na gut. Dann ist es ja gut, dass wir die Legende von Gauldur noch in der Hinterhand haben. Die Frage ist, reisen wir da jetzt so hin oder lassen wir das? Machen wir eine Schnellreise? Wir sind ja schon sehr oft durch die Berge gestiefelt und dann hier hinten rum, um nach Iberstadt zu kommen. Deswegen würde ich sagen, Iberstadt, da kommen wir auch so hin. Schnellreise, Iberstadt. Einmal bitte per Ladescreen nach dorthin. Und dann ist es ja quasi nur noch einmal durch den Fluss schwimmen. Oh, es regnet auch gerade. Da ist nicht ganz so schlimm, dass wir unsere Klamotten dreckig machen. Nass machen, besser gesagt. Boah, halt. Das ist die falsche Quest. Möp, da müssen wir hin. Okay. Das Grab hier haben wir vor Ewigkeiten auch mal ausgeräumt. Ich erinnere mich da dran. Das war das, wo dieser Dieb drin war, der irgendwelche alchemistischen Tränke gefunden hat. Und dann irgendwie zu einem Geist werden konnte oder so. Dann hat er den Trank gedruckt und dann war er ein Geist. Und die Leute haben sich irgendwie alle gefürchtet. Oder so. Irgendwie so eine Geschichte gehabt es da mal. Das ist schon ziemlich lange, lange her. Und hier soll jetzt noch mal so ein komisches Grabmäßiges Zeug sein. Ja, oh. Hallo. Geiermunds Halle. Naja, auf geht's, ne? Wir haben ja nichts Besseres zu tun aktuell. Also, ja doch. Wir hätten wahrscheinlich ziemlich, ziemlich viele Sachen zu tun. Aber Das war ja der Plan eigentlich. So. Pilze. Immer schön her mit den Pilzen. Na. So. Oh, ein Loch. Warum hat sich jetzt schon wieder... Ohne... Da war was. Uah! Habe ich mich aber erschrocken. Blöder, hässlicher Dreckskiver. Mistviecher. Ich habe die gar nicht gesehen. Was ich sagen wollte. Warum hat sich die Beschwörung gerade schon wieder verbessert? Ich... Ich habe doch gar nichts getan eigentlich. Also, ich habe zumindest gerade nichts beschworen. Das Schwert habe ich doch schon die ganze Zeit. Kriege ich dafür auch Punkte, wenn ich da einfach nur mit dem Schwert durch die Gegend eiere? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Das ist ja schon ziemlich overpowered, ne? Einfach mal nebenher so ein Schwert in der Hand halten. Dann gibt es dafür Punkte. Naja, gut. Ich benutze es ja tatsächlich. Es ist ja kein Power-Leveling. Was haben wir denn hier? Wasser. Oh, schön. Da, Moment. Da geht es doch. Das sieht doch so aus. Erstmal hier habe ich einen Geldbeutel erspäht. Und eine Urne. Und ein beschädigtes Buch, das ich nicht habe. Und hier sieht es doch aus, als würde es hier genau noch weitergehen. Ich sehe ja gleich schon irgendeinen Fisch oder so. Nee, doch nicht. Haben wir hier irgendeine Falle. Ich sense der Wasseratmung. Ein Seelenstein. Hier noch irgendwas. Nein, ein Zweihänder. Dann gucke ich noch in die Truhe rein. Rolle des Rufs zu den Waffen. Rolle des Rufs zu den Waffen. Das ist auch ein schöner Name. Mhm, mhm, mhm. Okay, dann geht es hier wohl weiter. Das war dann der letzte Weg, ne? Ja. Oh, ii, Spinnen. Matsch. Noch eine? Nein. Gut. Ich habe bestimmt schon wieder... Ich war auch schon wieder nicht... Wo ist denn die andere Spinne? Hm? Hier war auch eine Spinne, die ich weggeblastert habe. Hallo? Wo ist die? Hm? Na dann nicht. Ist ja auch egal. Oder? Ja doch, ist egal. Haben wir hier irgendwas. Da ist nichts. Und hier ist eine Tür, die man aufmachen kann. Wenn man es kann. Wir gehen auch... Oh, ich habe immer noch keine neuen Dietrich hier gekauft. Ich habe... So viel schon wieder vergessen. Verdammt. Irgendwelche Fallen... Sieht ja nicht so aus, aber... Hm, ein Trank. Und eine beschlagene Rüstung. Ich habe ja noch Platz im Inventar. Auch wenn ich vergessen habe... Platz zu schaffen. Ist hier noch irgendwas? Nur irgendwelche Eier, aber das war es auch. Was ich eben vergessen habe, komplett auszusprechen. Ich habe... Also, nicht vergessen habe, komplett auszusprechen, sondern was ich nicht komplett ausgesprochen habe. Was ich schon wieder fast vergessen hätte zu sagen. Ich habe wieder nicht meine Krankheit geheilt. Ich hasse das. Krankheiten heilen. Warum habe ich da nicht mehr Tränke für? Warum gibt es dafür keinen Zauber? Noch eine bessere Frage. Zauber, Krankheit heilen. Das wäre doch schön. Rolle der Hysterie. Hysterien. Oder so. Hier ist... Irgendwas hinter? Nö. Aber da ist eine Falle. Die habe ich gesehen. Haha. Da kommen hier wahrscheinlich Pfeile raus oder so. Probier ich jetzt aber vielleicht lieber nicht aus. Was haben wir hier? Okay, ich sehe schon. Da ist ein Schalter. Oh. Den habe ich nicht gesehen, aber das macht nichts. Den fange ich trotzdem um. Haben wir hier noch mehr? Hier nicht. Da vorne ist noch einer. Nein. Komm. Stier. Geh. Drauf. Da ist noch einer. Bums. Zack. Von wegen. So. Haben wir alle. Haben wir alle. Okay. Dann einmal bitte die ganzen Typen hier looten. Ja, komm. Die alten Pfeile nehme ich natürlich auch mit. Kann man alles verkaufen. Verbraucht ja keinen Platz. Und dann... Was ist das da oben? Moment. Das ist doch eine Falle. Das sehe ich doch jetzt von hier. Ups. Haha. Von wegen. Lass mich doch nicht von so einer gammeligen Falle erwischen hier. Okay. Also hier muss ich durch. Und hier sind diese Schalter. Hm. Aber... Hier sind die irgendwie... Anders angeordnet. Das ist ja kein Viereck, was hier angeordnet ist. Also... Da, da... Nö, das sehe ich irgendwie nicht. Hier ist kein Viereck. Zumindest nicht wirklich. Ähm. Wie wäre es, wenn wir... Wal und Schlange auf der rechten Seite... Vogel. Wal, linke Seite. Also Vogel-Wal. Wal, Schlange. Vogel. Wal. Schlange. Nee, Moment. Wal, Schlange. Okay. Okay. Wal. Schlange. So. Funktioniert das jetzt? Tatsächlich. Och, das war ja einfach. Zugegebenermaßen. Da kam ja auch gerade irgendwie... Der totale Geistesblitz. Und ich weiß gar nicht, wie ich da... Na, ich will die Pilze einsammeln. Lass mich die Pilze einsammeln. Geht doch. Uh. Steht hier einer. Maul halten da vorne. Oh. Habe ich gleich direkt noch mehr Gegner aufgeweckt. Ne? Das ist ja ganz toll. Nein. Stirb. Du auch. Hallo? Stirb. Geht doch. Ah. Ich heim mich mal gerade. Moment. So. Ich kriege jetzt voll den Feuerball hier in die... Scheiße. Ich treffe mal nicht mit dem blöden Feuerbällen. So. Und hier ist irgendwo noch einer. Über mir. Irgendwo über mir. Einen Geistesblitz hatte ich da gerade. Eben. So ganz spontan hätte ich nie erwartet, dass ich auf sowas einfach mal gerade so kommen würde. Aber... Da ganz gut klappt. Wo ist der? Der ist doch irgendwo da oben. Sehe ich doch jetzt schon. Da ist noch irgendwo einer. Mann, Mann, Mann. So viele Gegner hier. Und man kann sie alle nicht ordentlich erreichen. Was ist das? Ein Langbogen. Ein Zwergenpfeil. Den Zwergenpfeil nehme ich mit den Langbogen will ich nicht. Ein Trank. Ein Lederstreifen. Lutz, Lutz, Lutz. Ah. Da oben? Ja, da ist er doch. Sehe ich doch von hier. Und ich treffe ihn sogar über Bande. Und er mich... Auch, aber nicht so gut. Habe ich ihn runtergeschossen. Nein, ich habe nur seinen Bogen runtergeschossen. Schade eigentlich. So. Was haben wir hier? Erzmagier Geiermund. So, guck mal. Und er hat einen Schlüssel dabei. Und er hat eine... Erzmagier von Windhelm. Oberster Kampfmagier von König Harald. Oh, ein Elfenstreitkolben. Den nehme ich doch auch mal gleich mit, was? Das Schwert sieht nämlich so aus, als wäre er hinter der Tür direkt wie ein Gegner. Und wir speichern mal. Haben wir ja schon... Oh. Was ist hier los? Da wird sich so eine Spinne dahinter und dann noch so ein Untoter dazu. Wo ist die Spinne? Spinne, 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 Spinne. Spinne, 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 Spinne. Komm her. Drecksviech. Zack. 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 Und wegen. Ih, lass mich doch nicht von deiner Spinne vernaschen hier. Oh, hier sieht es nicht so aus, als würde es weitergehen. Na, komm, Urne. Mhm. Aber da hinten sieht es trotzdem interessant aus. Gut, 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 gut. Was haben wir hier? Nichts Interessantes eigentlich. Aber wir können mal gerade den Verzauberer benutzen, um mal zu gucken, ob wir vielleicht was entzaubern können. Aber nein. Schade eigentlich. Klub. Ich könnte das Ding hier verzaubern. Das ist mir zu schwer. Aber das Verzaubern mache ich sowieso lieber später. Da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Das mache ich doch nicht im Dungeon. Ich stelle mich doch jetzt hier nicht hin und fange an, irgendwelche Sachen zu verzaubern. Mal schön auf den Boden gucken, dass da auch keine Fallen sind, wo wir reinlaufen. Da habe ich doch... Oh, deine Geißel. Das ist nicht so schön. Huch. Nein, das war der falsche Schrei. Ah. Hilfe. Echt. Was war der anderen Schrei eigentlich? Welchen nehme ich denn mal? Wie wäre es mit Fußroh da? Und dann muss ich auch mal ganz dringend mich heilen. Ja, ja. Du kannst das auch. Ich weiß. Ich kann es aber besser. Hahaha. Was? Dir Wohlan? Wer ist das denn? Was ist ein Dir Wohlan? Was auch immer, du bist tot. Ja. Aber du hast keinen ordentlichen Loot dabei. Das heißt, ich mag dich nicht. Hm. Ein langen Bogen. Ja, komm. Lederstiefel nehme ich auch mit. Warum sind da Löcher im... 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 Im Ding. Ich trau den Löchern nicht. Ich stelle mich mal so... So hier hin. Oh. Hehe. Okay. Nehme ich den. Gemeine Falle, aber... Wenn man sowas sieht, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Na, haben wir hier auch sowas. Ne, das hat wunderbar funktioniert. Abgesehen davon, dass hier Gegner sind. Rums. Hahaha. Voll gegen die Wand geschossen. Da habe ich gerade schon wieder... Da ist doch noch einer irgendwo. Da ist unten noch einer. Ich gehe erstmal gerade... Irgendwas. Hm, nein, sieht nicht so aus. Oh klar. Hier muss doch irgendwas sein. Hm. Noch nicht. Da ist auch gerade keiner. Dann eben nicht. Dann muss ich mal wieder gerade... Oh. Da vorne ist aber einer. Das ist ein großer Böser. Ein Wicht. Ich muss jetzt erstmal ganz dringend erschießen, bevor ich da rübergehe. Nicht, dass der mich direkt nach der Falle erwischt. Und abmurkst. So. Schwert. Und... Dann brauche ich vielleicht auch mal wieder hier den Wirbelwind. Das muss ich mal gerade ein bisschen warten. Das muss ich mal wieder rübergehe. Lalalala. Wobei der... Oh. Ich muss glaube ich da... Moment. Können wir da auch einzelne Schritte machen? Und so dazwischen stellen oder so? Waaah. Speichern. Das ist ja gemeingefährlich. Aktivieren Kette habe ich da doch irgendwo gesehen. Sehr gut. Dann geht das auf. Für den Rückweg. Oder wahrscheinlich gibt es ja keinen Rückweg. Seit wann gibt es hier Rückwege? In irgendwelchen Dungeons. Gewöhnlich kommt man doch dann hinten irgendwo raus. Okay. Und das sieht unangenehm aus irgendwie. Ich nehme mal lieber... Hallo. Da. Okay. Hm. Das ist nicht so gut. Wenn man irgendwo runterspringt, wo man nicht wieder hochkommt... ...heißt das meistens, da ist irgendwo ein Boss. Aber da vorne ist auch das Ding. Also nehme ich an. Jep. Das sieht doch nach einem Boss aus. Ums. Oh, der hat aber nicht viel Leben. Huh. Hallo? Lass mich raten. Oh. Lass mich nicht raten. Bums. Nein. So nicht. Oh, was ist denn wieder so? Zack. Zack. Ist wieder der da hinten? Tja. Wie langweilig. Das war es schon. Das ist aber ein einfacher Boss jetzt. Was haben wir hier? Hä? Wie ist denn der jetzt hier hingekommen? Naja. Dann halt. Fragment von Gauldurs Amulett. Zack. Und dann haben wir hier noch den Gauldur-Schwarzenbogen. Hmhm. Hmhm. Ich füge das Amulett von Gauldur zusammen. Und wie funktioniert das? Wie füge ich das zusammen? Momang. Ähm. Hmhm. Hmhm. In Gauldurs Grab. Füge das... War ich da schon? Momang. Haben wir das vielleicht noch mal extra auf der Karte oder so? Tatsächlich. Hier ist was. Da. Ganz hin. Oh. Das ist ja wieder so weit weg. Ich dachte jetzt. Bauen wir das hier wieder zusammen. Oder lassen wir das zusammenschmieden oder so. Oder am besten machen wir das einfach selber mit dem Zusammenschmieden. Aber das hat ja wohl nicht so gut funktioniert. Hä? Noch mal so eine weite Reise. Ich hab da Tränke gesehen. Zumindest einen hab ich gesehen. Die anderen nicht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Da war ja noch einer. Ist hier nicht so langweilig. Kein Drachenschrei oder so? Eine Truhe. Eine große Truhe. Hier musst du noch irgendwo... Ja, genau. Kein Dungeon ohne große Truhe. Das wäre ja auch langweilig. Worte der Philosophie. Hmhm. Zwergenhandsstuhe. Stahlplattenhelm. Elfenschild. Immerhin gibt's hier ein bisschen Loot. Perlen. So. Keine. Nein. Keine Falle. Magdloser Granit. Was? Meridias Stern? Sollte ich die nicht irgendwie suchen? Oh. Zwei Äxte. Und ein Zwergenhelm. Ach du. Gute Güte. Jetzt hab ich wieder viel zu viele Müll in der Haar. Ach Mensch. Muss ich mir irgendwas wegtun. So. Komm. Pack mal hier den ganzen Müll weg. Und dann hab ich noch einen. Da kann ich dann vielleicht noch einen orkischen Dolch wegtun. meinen Stern gefunden. Doch jetzt ist nicht die Zeit um zu verlocken. Immer noch entweit der Schänder meinen Tempel. Kehrt zu meiner Statue auf dem Werk Kilcrea zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines leugnernden Lichts machen. Ähm. Okay. Oh hier sind wir wieder. Jetzt überlege ich. Ach das. Ja richtig. Das war direkt da hinten bei Einsamkeit. Oder? Da auf dem Berg. Wo wir plötzlich an meinem Tempel vorbeigekommen sind. Und dann von dieser Göttin angequatscht wurden. Jetzt hab ich wegen dem blöden Pilz zu viel in der Tasche. Oder was? Oh Mann. Dann pack ich halt den zweiten Dolch auch noch weg. So. Jetzt kann ich wieder noch ein paar Pilze einsammeln. Das hat sich ja jetzt tatsächlich richtig gelohnt hier. Da hab ich ja gar nicht mehr dran gedacht, dass das auch hier war. Super. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und beides ist noch eine Folgequest, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Jetzt hab ich natürlich eine Sache ganz vergessen. Ich hätte, wenn wir schon in Iwa-Stadt sind. Hätte ich die Bärenpelze mitnehmen können. Da hab ich nicht dran. Ein Fuchs. Nein. Ich hab ihn verfehlt. Diesmal aber nicht. Uh. Ich brin sogar im Wasser noch weiter. Ja. Ne? Das war ja ziemlich erfolgreich eigentlich. Gucken wir mal grad auf die Karte. Das heißt, ich sollte vielleicht die andere auch noch. Das ist es nicht. Das auch nicht. Wo ist denn das? Äh. Da ist es. Okay. Dann haben wir lieber einen Quest. Das eine ist jetzt hier. Eins ist hier oben. Und dann ist noch eins. Ach so. Naja. Richtig. Das muss ich auch noch machen. Ach. Guck mal. Das ist ja tatsächlich alles da oben in der Ecke. Auch prima. Dann könnten wir das jetzt eigentlich auf einem Weg erledigen, oder? Überlege gerade, ob ich vielleicht noch irgendwas hier machen soll. Wollte. Müsste. Aber ich glaube fast nicht. Das heißt. Hm. Gauldur. Gauldur. Machen wir erst Gauldur fertig, oder gehen wir erst da oben hin? Ich würde mal fast sagen, wir gehen hier erst hier oben hin. Was? Das ist wieder eine ganz lange Strecke. Da würde ich wieder von hier nach Weißlauf laufen und dann mit der Kutsche fahren, dass es mir aber zu nahe kommt. Dann machen wir das wieder einmal bitte per Teleport-Reise hier. Und dann sind wir schon da. Wir stehen sogar direkt hier vor dem Eingang zum Palast. Das ist doch auch ganz schön so. Speichern bitte. Erdi. Hallo Erdi. Das ist ein komischer Name. Blue Palace. Das ist aber auch eine einfache Quest hier mit dem Horn, ne? Da ist ja überhaupt nichts passiert. Wir haben quasi nicht mal Gegner auf dem Weg getroffen. Oh, ich darf das jetzt einsammeln. Aha. Ich darf das jetzt. Wahrscheinlich, weil ich hier geholfen habe. Guten Tag. Du brauchst nicht extra aufstehen. Hallo. Bleibt stehen. Oh. Dankeschön. Ich habe das Horn zum Schreien gebracht. Falk sagte, ich könnte auf euch zählen. Ihr habt euch das Recht mehr als verdient, Eigentum zu erwerben und den nächsten Schritt zu unternehmen, um Tane zu werden. Oh. Sprecht mit Falk, wenn ihr das Geld habt. Und vielen Dank. Ich, 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 ich darf ein Haus kaufen. Becht wohl. Betet für Einsamkeit und für meinen Mann. Moment. Erstmal hier gerade noch. Hallo. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Bin ich auch. Ja, was, was kann ich hier noch machen? Wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel. Aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemanden wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem mindestens ein Haus in meiner Stadt gehört. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Oh, cool. Das wäre mir eine Ehre. Und ich will euch viel Glück. Okay. Eins von fünf geholfen und ich brauche ein Haus. Nervt nicht. Ich wollte nur Sachen bei dir verticken. Hier haben wir doch bestimmt irgendwas noch. Ja, das wäre ein bisschen Geld. Das ist gut. Dann kriegst du jetzt... Das hier. Und das auch noch. So, wieder zwei Sachen losgeworden. Ja, ja. In der Welt wimmelt jetzt von Leuten, die euer Blut vergießen wollen. Übrigens, Jahera. Ich glaube, der Name von der Synchronsprecherin... Nein, nicht der Name von der Synchronsprecherin. Sondern die Synchronsprecherin hat in Baldes Gate 2 und 1 den Charakter Jahera synchronisiert. Könnt ihr gerne nochmal nachgucken. Hatte ich irgendwann mal angesprochen, als wir hier waren, glaube ich. Dann würden die Götter über eure Kämpfe wachen. 25.000! Was? Wie viel habe ich denn? Och. Ja, klar. Peanuts. Alle, die haben die Anrufe etwas geschäft. Prächtig. Ihrzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Schön. Das nehme ich. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Gut. Stolzspitze. Ja, und dann würde ich gerne mein Haus noch weiter einrichten. Gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Ach, klar. Natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Alles. Uh. 2000? 2000? Uh, das ist aber teuer hier. Aber das kann ich mir doch alles lachen. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlagt. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, ich nehme alles. Komm. Labere mich gar nicht zu hier. Gib mir einfach alles, was du da hast. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ich habe mein Gold eh... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Braucht ich bis jetzt eh noch nicht. Veranda-Dekoration? Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Wie ihr wünscht? Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause habt. 24.000 habe ich immer noch. Also, wir haben ein bisschen was ausgegeben. Wir haben ja genug Geld. Dann bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Das war doch auch immer... Ist das nicht auch immer irgendeine komische Quest? Ja. Das da bitte. Ich möchte mein neues Haus auch finden. Dann machen wir natürlich mal das Zu-Fuß-Navi an. Und gucken mal, wo das neue Häuschen denn so rumsteht. Zack. Speichermittel. Und auf geht's. Mein Häuschen. Wo ist das? Das? Nein. Das? Auch nicht. Das scheint es auch nicht zu sein. Wer ist mit dem hier? Oh, ist das tatsächlich mein neues Haus? Das ist leicht... Was? Halt'n Bubble da. Ich bin gerade mein Haus am, am Begutachten hier. Und das ist ja riesig. Das ist ein bisschen größer als die Holzhütte in... White Run, ne? Proudspire-Männer. Hat auch einen hübschen englischen Namen. Okay. Ist auch... Ist schon sehr geräumig, ne? Was haben wir denn hier? Talos-Fehler. Olaf und der Drache. Ein Trank. Oha. Öffne Einsamkeit. Ne, da möchte ich nicht hin. Ich muss mir jetzt mein komplettes Haus einmal angucken. Tomaten. Oh, Bücherregale. Moment, da können wir doch bestimmt gerade ein paar Bücher ablegen. Die Flüchtlinge. Zack. Wolfskönigin brauche ich noch. Das sollte ich nämlich irgendwem geben. Das will ich nicht haben. Das will ich auch nicht haben. Das kann ich nicht benutzen. Also kommt es auch mit da rein. So. Oh, ist das schön eingerichtet. Was haben wir denn da? Ist das ein Brief? Nein, es sah aus wie ein Brief. Haben wir hier? Mhm, mhm. Oh, ich habe einen Keller. Was haben wir denn hier im Keller? Waffenschrank. Oh, ist das hübsch hier. Oh, das gefällt mir. Jetzt kann ich aber mit irgendwelchen Puppen irgendwelche Sachen anziehen. Oh, ist das super. Nein, nein, das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Lass mich wieder hier hin. Grauenbue Schwarzbogen. Hier kann ich auch so Sachen an eine Wand hängen. Was? Oh, ist das cool. Kann ich hier mal gerade? Du musst eine Waffe ausgerüstet haben, um sie auf den Ständer abzulegen. Dann machen wir das doch gerade mal. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Gauldur-Schwarzbogen? Oh, ist das schön. Ach, das war das Ding, was ich hatte, ne? Richtig, das war das Ding, was ich bekommen habe. Dann habe ich hier noch zwei... Oh, das ist eine große Axt. Maha, kann ich das auch dem Viech in die Hand legen? Vielleicht. Ach, schade. Das geht nicht. Moment, dann kann ich die Dinger aber doch theoretisch... Ja. Zack. Zack. Hihihi. Das Eisenschwert passt da nicht hin. Mal gucken, ob ich noch irgendwelche anderen Waffen habe. Ukanglas, Kriegs-Axt. Wie wäre es denn damit? Zack. Und dann habe ich noch zwei Däuche, die passen aber nicht rein. Und das hier noch. So, noch irgendwas. Nö, gerade nicht. Dann lassen wir das erstmal. Moment. So, vielleicht. Oh, und das Archimielabor. Ist das cool hier drin? Was haben wir hier? Abstellraum. Ist das mein Bett, ja? Hier schlafe ich. Das ist schade. Was haben wir hier? Ausgaben. Okay. Es gab aber auch noch ein oberes Stock. Ach, ist das ein Riesengerät hier? Oh, edel. Edel, edel. Noch ein paar Bücher, aber keine Skillbücher. Schade eigentlich. Ein paar Tränke. Ich lasse die Tränke erstmal hier drinstehen. Ich brauche im Moment sowieso keine Tränke. Wir brauchen nur Platz im Inventar. Oh, dann lasse ich die einfach erstmal liegen. Und hier ist noch ein Bücherregal zum Bestücken. Oh, stehlen. Ich stehle von mir selbst, quasi. Ein Bett. Ein riesiges Doppelbett. Oh, ist das toll hier. Ist das ein Safe? Oh. Oh. Oha, oha. Heldenmode. Kann ich das schon? Ich glaube, das kann ich schon. Ja, schade. Egal. Braucht trotzdem nicht im Safe liegen. Das ist ja schön hier. Och, das gefällt mir. Ich mag mein neues Haus. Mache die Tür wieder zu. Gut, dann haben wir bis jetzt ein neues Haus bekommen in dieser Episode. Wir haben ein letztes Stück vom Gaul-Duo-Amulett gefunden. Wir haben festgestellt, dass wir noch vier Quests erfüllen müssen in Einsamkeit, um Tane zu werden. Das ist auch eine ziemlich coole Sache. Und beim nächsten Mal müssen wir... Ach ja, richtig. Wir haben den Stein von Meridial gefunden. Ich würde mal sagen, das machen wir als nächstes, oder? Dann werden wir jetzt direkt mal hingehen. Wir haben die Tür. Wir haben das.